Jo, da bin ich wieder, also der zweite Teil vom Realtalk, sag ich jetzt mal. Wie gesagt, das fackt einfach ab, wenn ich so Leute sehe, die dann tun, als wenn man Freunde und dann einfach ein bisschen abfangen, was dann noch halt... Was soll man machen, ne? Ich find's auch richtig scheiße, zum Beispiel. Guckt euch Black Ops 3 an, man. Für 70 Euro, du kostst einfach das Spiel für 70 Euro. Ich find's ein bisschen teuer, echt, für ein Spiel, für eine CD, eigentlich nur die du einlegen kannst. Klar steckt da Arbeit drin, aber ich mein ganz ehrlich, meine Meinung, das wird jetzt eine Meinung, das Video wird jetzt meine Meinung zu Black Ops 3 heißen, sagen wir mal, ja. Also meine Meinung zu Black Ops 3 ist, dass vom Gameplay und so ist das halt geil, ne? Also von der Steuerung und alles ist das halt, äh, zwar geil, aber es ist genau dieselbe Scheiße wie Advance, Warfare und Titanfall zusammen. Und wer mir jetzt sagt, das ist nicht so, Junge, dann kauft dir zwei Eier, zwei Augen, Alter, und guck, weißt du, ich hab'n Kumpel, der meinte, das ist gar nicht so. Wo ist er, das ist Titanfall einfach ohne Titans. Zum Beispiel diese Leute heißen auch Spektre. Und so'n Scheiße, weißt du, da kannst du auch so rumspringen und dich so umkleiden, andere Köpfe machen. Nur, dass es halt nicht Spezialfähigkeiten gibt. So meine, generell meine Meinung zu Black Ops 3 ist, das ist einfach ein Dreckspiel. Also ich sag mal, ich würd's jetzt nicht kaufen, ich zock's einfach nur, weil's momentan angesagt ist. Jaa, momentan ist die Welt ein bisschen belastender. Jaa, wie viele Gegner sind denn hier, voll, voll. Und das ist einfach so. Abgeschossen. Drohne bereit für Befehle. Ja, genau, der Pimmelberger sieht mich, ne? So was ist doch schon wieder abfuckend bei BO3. Ja, wenn man das schon sieht, Hurensöhne, Alter. Richtige Hurensöhne. Splittergranate! Beide! Beide! Die kleinen Dinge zählen! Ho! Geh rein, echt. Aber ich muss schon sagen, der Schnee und so sieht schon, naja. Ich wollte erst sagen geil, aber wenn man hier sieht, sieht man überall Pixel. Das liegt nicht an meinem Fernseher. Verbündete Schwebeladung unterwegs. Flammeneinheit ist weg! Ruins ausgeschaltet! Ich mach Drohne rein, ne? Und da kommt schon wieder so'n Penner von hinten. Wieso schwucht ihr Kinder? Halbzeit. Drohne Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Keine Hälte! Angronen Prioritätsanforderung erhalten. Umleitung. Was für Teammates ohne Witz. Beide ausgeschaltet. Beide ausgeschaltet. Ziel erledigt. Oh mein Gott, wie die ohne Witz. Das ist doch richtig belastend. Das geht nicht fit ohne Witz. Verbündete Drohne nähert sich. Queremmersinn. Sorry. Wenn ich jetzt jemanden beleidige aber er weiß. Jeder der Black Ops spielt weiß wie das ist. Da ! Auch so ! Weiß er, er wird von da gehittelt und er visiert mich an. Richtiger Fotzenlecker. Ich bin gerade irgendwie hier oben lang gelaufen. Da. Genau wie er. So wollte ich da oben herlaufen. Oh, ausgeschautet. Das war's. Sorry. Ja, klar. Ja, klar. Genau wie besprochen. Pissart.